Willkommen zurück Leute zu Let's Play Limbo! Im letzten Part wurden wir hier noch am Ende verfolgt von so einer Spinne. Noch ist sie nicht gekommen aber ich glaube sobald ich nur einen Schritt nach vorne machen wird sie kommen und deswegen überlegen wir am besten mal schnell wie wir denn am besten darüber kommen denn da war ja Wasser und ja die Spinne ist ganz böse. Da liegt so was, das sieht aus wie so ein Baumstamm oder so. Ich glaube das probieren wir einfach mal das ins Wasser zu schieben. Yeah, es funktioniert! Schnell! Und jetzt rüber da! Come on! Yeah! Und noch weiter! Okay, schnell weg von der Spinne. Oh mein Gott, wir werden verfolgt. Oh eine Wippe! Verdammt, nein! Wir nutzen einfach die Spinne als Gegengewicht. Komm schon! Ja, dankeschön! Nein! Das reicht aber nicht! Verdammt! Au! Verdammt! Ja, böse, böse! Das hat weh getan! Oh ne, jetzt ist doch mal alles von vorne! Okay! Also so weit, so gut! Das Ding hier ins Wasser schieben und dann... ...da rüber! Aber was kommt da an? Vielleicht müssen wir diese Wippe ein bisschen weiter nach vorne schieben oder so. Ich probiere es einfach mal. Das war schon gar nicht so falsch! Aber nein, wir können sie nicht nach vorne schieben. Äh? Was sollen wir tun? Da kommen wir doch niemals hoch. Vielleicht mit Anlauf. Probieren wir es mal. Ja, und... Ja! Oh! Geschafft! Das war knapp, aber... Oh Gott sei Dank! Und jetzt schnell weiter! Nein! Hilfe! Ein Hindernis! Oh! Wir können schieben! Weiter geht's! Weiter geht's! Schnell! Hilfe! Wir werden verfolgt! Oh! Guter Hallo! Wow! Haha! Da ist sie da! Oh! Arme Spinnen! So! Endlich haben wir unseren Verfolger abgeschüttelt! Oh! Okay! Äh... Hier ist eine kleine Falle! Wie umgehen wir die denn? Können wir einfach rüberspringen? Ah! Schnell! Schnell! Schnell weg! In den toten Winkel! Schnell! Nein! Die Spinne! Stürmspinne! Äh... Haha! So! Schön! Zweifel liegen mit einer Klappe geschlagen! Einmal kommen wir durch und einmal ist die Spinne jetzt endgültig weg! Wo stehen wir denn? Hier drin? So! Huh! Schon ganz schön viel Action hier am Anfang! Und ja... Hier passiert doch bestimmt vielleicht wieder was! Ich frage mich wer diese Kinder sind, die uns hier so... Äh... Nicht gerade freundlich willkommen... Heißen! Es muss doch einen Grund haben, dass sie uns angreifen! Aber das werden wir vielleicht noch herausfinden! Ich hoffe es! Wir gehen jetzt mal hier weiter! Die wunderschöne dunkle Welt! Yeah! Diese Stille ist schon echt bedrückend! Ah! 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 Wo, wo? Nein! Spinne! Ah! Da komm ich doch niemals rüber! Ah! Die Spinne sieht nicht... Hallo! Haha! Die Spinne... Die lebt doch nicht mehr, oder? Die hat nur noch ein Bein! Ah! Soll ich mich da jetzt nähern? Ich schau mal nochmal hier! Also hier scheint es nichts zu geben! Ich glaube nicht, dass wir da rüber springen können! Aus eigenen Kräften! Deswegen nähre ich mich jetzt mal der Spinne! Die ist doch nicht mehr... Ah! Doch! Die ist stark genug, um uns anzugreifen! Haha! Wir nutzen da ein Bein! So! Und jetzt schieben wir dich mal dahin! Ah! Na komm schon! Dicke Ding! Na komm! Kommo! Okay! Wippen! 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 Jetzt komm ich nicht mal mehr da rauf! So! Und jetzt... Ja, wir müssen irgendwie diese Spinne hier benutzen! Da bin ich mir so ziemlich sicher, aber... Da bin ich mir so ziemlich sicher, aber... Wie bekommen wir die? Lebt die eigentlich noch? Ich hab Angst! Ah! Okay! Wir können die so ziehen, oder? Komm schon! Oh! Haha! Brutal! Hm! Cool! Und das zittert ist noch so schön! Huch! Ah! Und jetzt... Was? Wenn wir drüber laufen... Nein! Okay! Jetzt können wir das Ding nämlich ziehen! Jetzt rollt es sich nämlich schön! Wie! Aber gehe ich auch mal auf die andere Seite? Weil wir müssen das ja garantiert in die Stacheln schieben! Haha! Wir verwenden die Leichenteile einer Spinne! Wir sind MacGyver! Wir sind MacGyver! Der lässt doch bestimmt dieses Ding fallen auf uns, wenn wir da durchgehen! Ne? Ich hab's... Ich ahne es doch! Ne! Oh, da ist ein kleines Kind eingesperrt! In so'n Käfig! In so'n Käfig! Der Arme! Naja! Der ist wohl nicht mehr am Leben! Eine Leiter! Gehen wir doch da mal hoch! Weil die schon so offensichtlich hier so hängt! Und dann vertreiben wir mal den Vogel! So! Ich weiß zwar nicht wozu, aber ich spring da jetzt einfach mal rüber! Nein! Uäh! Uäh! Oh! Oh! Der Arme! Letz34! Hiii! Wie der Arm dann noch runterhängt! Naja rüber! Uah! Und jetzt? Springen! Uh! Ah! Okay! Diese Kiste brauchen wir wahrscheinlich! Geh ich jetzt mal davon aus! Deswegen schiebe ich die einfach mal weiter! Oh, es geht schön schnell, das ist schön. Yeah. Heute geht's. Ah, okay. Damit kommen wir nämlich darüber, auf den Abgrund. Nicht auf den Abgrund, sondern auf den Vorsprung. Hinauf. Und weiter geht's. Ja, wir befinden uns hier wahrscheinlich in so einer Art, keine Ahnung, so ein kleines Dörfchen im Wald von Kindern erbaut. Auf jeden Fall scheinen da Kinder zu leben. Und nicht alle scheinen so willkommen zu sein. Na, was ist denn hier im Wasser? Oh, da sind schon wieder lauter Kinder unten im Wasser. Ah, nein, nicht ins Wasser. Was sollen wir denn jetzt tun? Soll ich jetzt auf die Leiche springen? Oh, ist das brutal. Oh mein Gott. Da kommt wieder ein Kind. Mit Spinnenfetzen. Oh mein Gott. Es hat sich so eben vor unseren Augen umgebracht. Aber jetzt können wir es benutzen, um auf die andere Seite zu kommen. Oh, das ist grausam. Oh, dann springen ihn auf den Kopf da. Oh, ist das ein. Und nachdem, wir können ihn auch noch rausziehen. Oh, komm mit. Komm mit. Ich begrabe dich. Oh, ist das ein grausames Spiel. So, ich bin mir sicher, wir brauchen den jetzt gleich. Deswegen schiebe ich den jetzt mal hier rein. Tatsache. Ey, ist das. Das ist echt ein cooles Spiel. Oh mein Gott, was ist denn da schon wieder? Das ist bestimmt wieder eine Spinne, ey. Das sieht eher aus nach so einem kleinen Baby. Ja. Was war das? Ich traue mich hier gar nicht mehr, einen Schritt nach vorne zu gehen. Die hängen doch da nicht aus Spaß. Egal, ich gehe weiter. Soll mich nicht stören. Ah, hier geht's nicht runter. Boah, da hinten liegt auch schon wieder. Hier liegen überall Leichen, ey. Haben sie den Kampf verloren gegen die Spinnen, oder? Was ist hier passiert? Was ist das für ein Ort? Völlig grausamer Ort. Ah, fällt das runter? Ah. Ja, es fällt. Okay. Wie sollen wir das denn umgehen? Äh, Katja. Aktiviere dich. Was ist, wenn wir da rauf springen? Oh, hier ist die fallenfreie Zone anscheinend. Wenn wir da nebengetreten wären, dann wäre das Ganze... Oh, und jetzt bin ich genau auf den Dingen. Das ist aber auch fies, ey. Gerade eben war es noch die sichere Zone. Und jetzt ist es der Schalter, der ist aktiviert. Der ist auslöst. Auch nicht schlecht. Wieder mal Learning by Dying. Boah, da oben hängt schon wieder einer. Und da liegt einer. Und im Hintergrund hört ihr vielleicht... Das hört sich an, als ob irgendjemand so eine Tröte... Da sind sie. Oh, die schießen. Ah. Nein, lass mich. Oh, der hat mich... Oh. Der hat mir in den Kopf geschossen. Und dann bin ich auch noch in die Stachel gefallen, ey. Oh, wie brutal. So. Nochmal hier durch. Wo sollen wir denn da tun? Oh, stimmt. Wir lassen die uns verfolgen. Und nutzen die Fallen für uns. So, folgt uns. Oh, schnell weg. Da kommen sie. Ja, ja, kommt ruhig. Na, komm. Der eine hat es schon mal gar nicht geschafft. In die... Äh, da rüber zu springen. Und der andere wurde jetzt... Von dem anderen zerstört. Und der wird jetzt wahrscheinlich von dem zerstört. Bäh. Oh mein Gott. Tja, geschieht euch recht, wenn ihr uns umbringen wollt. Ha. Sie alle nacheinander zermatscht. Oh je. Und was haben die denn gegen uns? Haben wir denen was getan? Anscheinend haben die nicht nur was gegen uns. Weil die scheinen sich ja hier alle gegenseitig irgendwie umzubringen. Aber gut. Das motiviert einen nicht gerade weiter zu laufen in diese Richtung. Hin und da. Leiter, Leiter, Leiter. Was ist denn hier unten schönes? Was ist denn da? Oh, ein Wagen oder so. Ziehen wir mal dran. Den brauchen wir doch mit Sicherheit. Quietsch, quietsch. Äh. Okay, weiter geht's nicht. Das war das Ende von... Äh? Bist du auf der anderen Seite was, oder? Kann man die noch weiter? Nö. Hier ist nichts mehr. Also kletter ich mal wieder die Leiter hoch. Ich weiß zwar nicht, wofür wir diesen Wagen da jetzt... Äh. Wartet mal, Leute. Was ist das denn hier? Nichts. Okay. Man muss ja immer mal aufpassen, ob man was findet. So. Äh. Ich weiß zwar nicht, was wir jetzt hier machen sollen. Das sieht irgendwie alles ein bisschen wieder wie so eine Vorrichtung aus. Nur geschaffen, um uns zu töten. Da oben ist ein Seil. Okay. Und... Naja. Ich springe einfach mal weiter. Ah, okay. Interessant. Wenn wir hier dran ziehen, dann geht das Ganze runter. Äh. Ganz schön tief. Aber sobald wir loslassen... Hm. Okay. Ich glaube, ich habe das so ungefähr begriffen, das Prinzip. Ich weiß zwar nicht, wofür der Wagen ist, aber ich probiere es trotzdem einfach mal. Ich nehme mal an, wir müssen ja dasselbe jetzt hier tun, aber hochklettern, damit wir nicht von diesen komischen Fetzen da zerstört werden. Zerrissen. Von diesem Sägewerk. So. Und jetzt rennen wir mal runter. Vielleicht können wir das Seil ja irgendwie an dem Wagen festmachen. Los. Ah. Oh. Ja. Okay, okay. Jetzt habe ich begriffen. Wir benutzen den Wagen, um dann an dem Seil nochmal zu ziehen. Und dadurch können wir das Ganze sozusagen wieder ein bisschen ausdehnen in den Zeitraum, in dem dieses eine Ding da unten ist. Okay. Dann wollen wir das nochmal schnell machen. Oh, lol, lol. Klettern wir mal ein bisschen. So. Okay. Jetzt müssen wir schnell sein. Zack. Renne, kleiner. Ja. Kleiner Limbo. Oder wie auch immer du heißt. Und ja, Tina, auch schnell. Oh mein Gott, ich habe zu. Hänge dich an. Ja. Und jetzt ziehen wir das Ganze nämlich wieder runter. Und dadurch erneuert sich das. Gut. Und jetzt müssen wir wieder schnell sein. Jetzt springen wir das nicht an. Wie lange sollte ich warten? Ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um rumzurennen. Ah, okay. Haben wir geschafft. Das war knapp. Ich hoffe, jetzt ein Checkpoint. Denn, Leute. Ah, wir haben noch eine Minute. Die machen wir noch weiter. So. Oh, da liegt was. Äh. Wieder eine Leiche. Da ist irgendwas weggerannt. Ein kleines Tier oder so. Äh, und die Fliegen, die sind hier auch schon. Äh. Unheimlich hier alles. Gekreucht und leuchtet es. Äh, was ist das denn da schon wieder? Äh, ich wusste es. Oh, nee. Äh. Hilfe. Ich kann nicht mehr in die eine Richtung. Äh. Es steckt in meinem Kopf. Es saugt mich aus. Verdammt. Nein. Nein, Hilfe. Ja, ich kann mich nicht mehr richtig bewegen. Okay. Dieses Ding hat mich irgendwie ein bisschen unter Kontrolle. Ich kann mich nicht mehr wirklich steuern. Der läuft schon fast, äh. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich sterben. Ausgesaugt von diesem Ding. Äh. Oh Gott. Okay, Leute. Der läuft von alleine. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich renne jetzt einfach mal in den Tod. Und damit beende ich diesen Part. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und im nächsten Part werden wir herausfinden, wie wir weiterkommen. Ciao. Ciao.